Ich habe die Mechanik übrigens immer noch nicht rausgefunden. Ich glaube auch als ich das noch aktiv gespielt hatte, das Spiel hatte ich es auch noch nicht rausgefunden, wann der von wo kommt. Knutsch. Knutsch, ganz viel Gold, ganz viel Bomben. Okay, eine Ratte ist keine tödliche. Genau, lass mich hier wieder raus. Danke. Runter. Oh, da unten ist ein Blutaltar. Und ich höre eine Blondine. Aha. Aber da musste man irgendwie mehrere von ihnen opfern, oder? Oh, da oben ist ein... Hihi, hi, hi, hi. Okay, den will ich haben. So. Schnell, 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 schnell. Wie komme ich da noch? Okay, noch ein Seil. Okay. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Hahaha. Okay, das könnte auch nicht in die Hose gehen. Ich dachte, die Dinger können das irgendwie... So. Ich dachte, die Dinger können das irgendwie zum Explodieren bringen. Das wäre nicht so schön. So, jetzt brauche ich eine Städte zum Verstecken. Die haben wir hier. Oh. Okay. Und ein Äffchen. Komm mit, Äffchen. Achso, das ist ein Goldscheißer Äffchen. Das war... Ja, war okay. Das war stot. Das konnte ich nicht mitnehmen über die Levelgrenze, ne? Ich glaube nicht. Au. Ploing. Ploing. Äff. Das war nicht geplant. Und wo ist die Blondine? Okay, also wir haben eine Goldstatue verhunzt. Wir haben die Blondine nicht gefunden. Wir haben noch ein Seil. Geht trotzdem weiter. Also. Goldstatue nicht mehr bei Kali Opfern. Das Goldäffchen spuckt zwar Gold regelmäßig, aber ich denke, wenn man die Statue selber abgibt, bekommt man mehr, als wenn man die Häufchen vor dem Äffchen einsammelt. Außer man läuft stundenlang vor dem Geist weg. Was ich noch nie getestet habe. So, da unten ist wieder eine Statue. Haben wir richtig Glück hier? Sing. So. Komme ich da jetzt auch so regulär hin? Geh weg. So. Ja, scheinbar schon. Äh. Lauf, 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 lauf. Ganz viele Sachen sind kaputt. Ganz viele Sachen sind tot. Aber ich habe ein Gold. Ich hoffe, kein Shopkeeper wurde getroffen. Das ist immer so das größte Risiko mit dabei. Also Shopkeeper oder Blondine. Wobei Shopkeeper böse ist, weil dann alle Shopkeeper stinkig sind. Und ich komme nicht mehr ordentlich an die Blondine ran. Dann machen wir das Dich kurz hier. Machen Dich auf. Sprengen hier durch. Liefern Dich ab. Und haben jetzt die Seile bekommen durch die Kiste, um die Blondine da auszuholen. Sprengen hier durch die Kiste oben zu öffnen. Aber ich denke, dafür wird die Zeit nicht reichen. Wobei, es kann auch gut sein, dass ich mich in der letzten Zeit ein bisschen verschätze. Weil die letzten Leben, die wir jetzt hatten, hatten wir niemals ein Zeitproblem. Ich gucke einfach mal. Erstmal, wo ich da überhaupt rankomme. Was nämlich nicht so aussieht. Ein bisschen vorher vielleicht. Ne. Also ich drücke die ganze Zeit nach oben. Es geht trotzdem nicht. Was müsste mich denn da... Oh, doch, sehr schön. Komm mit. Ich will jetzt nicht noch ein Seil verbrauchen. Ich nehme den Schlüssel einfach mit. Falls eine neue Kiste in dem nächsten Level ist. Hallo Bomberman. Du wolltest eine Schrotflinte haben, oder? Achso. Weil das Spiel neu installiert wurde, haben wir ihn noch nie bezahlt. Ja, hier kriegst du eine Bombe. Na. Dass ich weiß, der zweite Bomberman, der hier im Dschungel, der wollte eine Schrotflinte haben. Bombe, Bombe, Kiste. Nö, danke. Oh, 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 oh. Ich mag keine Stachel fallen. Komm ich da ran? Nö. Okay, dann spring ich bitte hoch. Spikeschuhe. Nein, 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 nicht mehr. So, ich würde gern wieder hoch. Ich will meinen Schlüssel haben. Ich will die ganzen Edelsteine haben. Ähm, au. Ich kann keine Sachen daraus ausheben. Oh, okay. Schlüssel ist Pustkuchen. Hm. Ich habe Spikeschuhe, also müsste ich doch den... Ich habe doch Spikeschuhe. Ich müsste also auf den Typen raufspringen können. Eigentlich schon, oder? Aber ich habe eben gerade oben links ja keine Spikeschuhe angesehen bekommen. So angezeigt bekommen. Chade. Na komm, ein Leben noch. So, wieder rein da. Nicht die Abkürzung. Weil hier die ersten Level scheinen echt dafür da zu sein. Dafür da zu sein, Leben zu sammeln und Gold zu sammeln und so weiter. Da ist sie. Swoosh. Da ist noch eine Kiste. Sehr gut. Ähm, Feitsch. Na komm. Gib mir Loots. Gib mir Kiste. Ah, Seile sind okay. Bomben sind meist besser, aber Seile braucht man auch. Gerade später, ne? Eis-Level und so weiter. Da muss man so viel hin und her. Wobei, zu dem Zeitpunkt sollte man eigentlich schon das bessere Zeug haben. Also diesen Fliegeumhang und Springschuhe und all sowas braucht man nicht mehr ganz so viele. Oder Kletterhandschuhe. Der ist super. Willkommen. So. Dich erst mal abgeben. Abstauben. Und gucken, was hier ist. Gold wäre hier schon mal eine Kiste ist da noch. Noch mehr Zeug. Ja, komm, schön weit über unsere 10.000 Marke. Jetzt ein Shop mit Sprungschuhen und Bomben. Das wäre super. Ting, ting. Und raus. Übrigens wieder kein Geist. Hier sollte man echt mehr Zeit lassen. Also, nicht rumtrödeln oder so, aber. Schön gucken, wo ich was abbekommen könnte. Jetzt habe ich hier. Oh. Geh weg. Bevor ich da runtergehe und eventuell nicht mehr hochkomme, hier die Sachen noch abstauben. Genau. Genau. Jetzt habe ich eine Rubin. Den hätte ich sonst nicht mitgehen lassen. Weil ich ganz schnell hier runtergerusht wäre, um die Blondine zu holen. 20.005 Leben. Bomben neigen sich langsam zum Ende. Das ist nicht so gut. Und da wäre sogar ein Shopkeeper. Mit Stachelschuhen. Ja, und ich werde keine Bomben benutzen, um mich da durchzusprengen. Ich gehe lieber hier außen rum. Da ist der Gasse. Da sind Stachel. Es fehlt keine Stacheln. Ah, der hat es. Genau. Hier geht das Ganze mal runter. Dun, 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 dun. Dun. So, kaufe ich was. Stachelschuhe. Äh, Stachelschuhe. So, damit falls ich jetzt nochmal im Dschungel... Ne? Dass das denn klappt. Entschuldigung. 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 Menno. Ich brauche mehr Übung im Blondinen schmeißen. So. Weg, 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 weg. Ich würde eigentlich ganz gerne zu der... großen Spinne, die man eben gerade gesehen hat. Die da. Da wollte ich eigentlich die Bomben reinschmeißen. Ich probiere es mal von hier. Oh. Ne, raus. Raus, 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 raus. Ja, schade, dass ich sie aufgeweckt habe. Ich hätte vorher irgendwie da taktisch rumwusseln sollen. Ohne die Blondine. Und dann die Bomben ins Netz schmeißen. Weil dann bleiben sie da schön kleben und direkt neben der Spinne und alles ist gut. Komm her, Flattermaus. Da wäre ein Schal Nüsse. Oh, Bombenhändler. Okay. Müssen wir nur den Skorpion da unten nochmal erwischen. Und nicht aus Versehen den Shopkeeper irgendwie... ...anditschen. So, ich hätte gerne... ...ganz viele Bomben. Das Klebezeug nicht. Wir kriegen später genug Gelegenheit, eine große Spinne zu gehen. Also, normalerweise. So, so. Da hast du mal wieder eine. Das machen wir einfach so. Oh, oh. Okay. Ja, sehr gut. Das könnte klappen. Fast. Okay, springen wir hier hin. Spring, spring, spring. Ich will dich töten, weißt du? Nee, das klappt so nicht. Uh. Au. Au. Oh, ich habe Stachelschuhe, ne? Okay, komm her, Spinne. Komm. Na, also. Das war jetzt absolute Verschwendung an Lebenspunkten. Das war eine Trotz-Sache. Da. Oh, da habe ich kein Problem mit. Ein Lebenspunkt. Ähm. Ich brauche definitiv eine Blondina. Habe ich die schon gekillt hier aus Versehen? Ja, ich denke nicht, dass wir sehr weit kommen werden mit diesem Leben. Prima wegen der Spinnensache gerade. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Sobald ich merke, nach der ersten Bombe, dass es nicht klappt, weggehen gut ist. Hä? Naja, ich sehe das alles als Übung an. Tod. Tod. Bring ganz schön viele Viecher in der Nähe deines Altars um. Kannst du mir nicht dafür irgendeinen Gegenstand geben? Das wäre super. So Lebenspunkte. Das wäre echt... Wäre echt schick. Aber ich glaube, du stehst auch auf Lebenspunkte. Sonst würdest du nicht so viele Blondinen haben wollen, hm? Ja. So. Oh. Der kommt mit. Hört kein Schreien, kein Gannix. Jetzt höre ich ihn schreien. Ich höre schreien und... Ich sehe Gold. Ich habe nur noch zwei Bomben. Ich hatte zig Dutzend Bomben. Ne, ich hatte 16 oder so. Und den hände ich auch noch gerne. Zeugen. Zeugen. So, das. Egal. Du kommst mit. Irgendwas ist hier explodiert. Du gehst weg. Und ich würde gerne... Na, hier war doof. Komm runter. Ich will da oben eine Bombe hinschmeißen. So. Ach, ich habe das Klebezeug, ja. So, so. Und weg. 40.000. Ach, das ist die 40.000er Grenze. Hallo Bombermann. Vier Robes. Bitteschön. Knutti, wir haben jetzt zwei Leben und sind im Dschungel. Und es ist dunkel. Yay. Ich höre eine Blondine. Da unten ist so ein Todesschädel. Ich habe immer noch Spike-Schoos. Da ist nix. Na komm, komisches kleines Ding. Genau. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Die Dicki-Fallen. Da benutze ich meine letzte Bombe. Nächste Dicki-Falle. Okay. Ist irgendwie noch gut, dass da kein Dingens war. Ich hätte jetzt schon zigmal sterben können. Deswegen, ne? Blind irgendwo runterspringen und so. Du bist tot. Du bist tot. Ah, das ist nicht schön. Zing, 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 zing. Die Blondinas irgendwo über uns. Aber das will ich jetzt nicht riskieren. Ich sammle das Zeug hier ein und gehe raus, 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 raus. Kein Küsschen. Ah, Licht. Sehr gut. Oh, und der Schwarzmarkt ist hier irgendwo. Das heißt, ich sollte möglichst viel Gold sammeln. Oh, und ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, eine Bombe zu legen. Sonst komme ich nicht an den Schwarzmarkt ran. Also Schwarzmarkt war das Ding, wo... Also so ein extra Level quasi mit ganz, ganz vielen Händlern drin. Wo man fast alles findet. Und Bomben. Sehr gut. Und das Level finden wir halt, indem wir an einer bestimmten Stelle sprengen. Welche Stelle das ist, finden wir durch das Auge des Horus raus. Was da gerade so bei uns blinkt oben. Und je näher wir rankommen, desto doller blinkt das halt. Aber das blinkt nicht so glücklich in letzter Zeit. Das ist ein bisschen schade. Push. Sagt man nicht, dass das Ding ganz oben war. Da ist eine Blondine. Also ja, Schwarzmarkt scheint oben zu sein. Das ist ärgerlich. Aber gut, ich will erstmal Lebenspunkte haben. Das ist eh wichtiger. Warte. Ich will alles haben. Hier sind nämlich hoffentlich neue Bomben drin. Ah, oder das ist alles auch okay. So, so. Mitkommen. Ähm. Ah, okay. Komme ich rüber? Gut. Rüber, rüber. Klein, frische Tunix. Runter, runter. Weg. So, und ich suche jetzt Schwarzmarkt. Also jetzt, wenn ein Geist kommt, ich muss ja nicht zum Ausgang. Ich muss ja nur irgendwo was wegsprengen. Und es hatte ganz am Anfang einmal geblinkt. Ah. Ja. Es muss direkt hier oben irgendwo sein. Da hinten. Und. Fast. Okay, ich teste mal hier. Bitte, 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 bitte. Da ist es. Genau, hier ist es. Nein. Ja, keine Bomben mehr. Ein einziges doofes, gammeliges Feld. Ah, das ist doof. Jetzt habe ich nämlich keine Bomben mehr. Egal, wir haben Küsschen. Und wir haben uns langsam von einem Lebenspunkt wieder hoch auf drei gearbeitet. Das ist doch auch schon mal schick. So. Du weg. Komme ich da rüber? Ja. Komme ich da hoch? Komm, letztes Seil. Da haben wir gar keine Ressourcen mehr. Was tolles, bitte. Äh. Da ist nix unter uns. Nix ist wenig. Oh. Au. Ganz viele Äffchen. Da ist schon der Ausgang. Keine Blondinen in Sicht. Und Tiki Fallen. Da ist ne. Ja, ja. Okay. Okay. Einleben. Großer Typ, komm mal hier näher ran. Ich will mal gucken, was du droppst, wenn du ne Tiki Falle läufst. Du läufst nicht ne Tiki Falle, ha? Okay. Oh. Aber ich... Genau. Ich hab Stachelschuhe. Ich kann nicht kaputt machen. Äh. Und raus. Zwei Leben. Aber hey, wir haben schon ein bisschen was mit Gold zusammen. Und... Der nächste Ausgang müsste... Eisausgang sein. Zorin. Und den kommen wir nicht ran. Komm. Buh, 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 buh. Du kommst auch mit. Ja, Blondine kriegen wir nicht. Das, äh... Keine Bomben und so. Ein paar brauchen wir noch, denke ich. Wow. So ein paar Leichen, wenn Kali glücklich ist. Boing. Und so endet dieser Run. War ziemlich durch. Also ich hätte niemals... Niemals die Spinne. War das überhaupt in diesem Run oder im letzten Run? Das mit der Spinne war trotzdem doof. Was ich hier in dem Run gut fand, ist, dass wir von, ich glaube, fünf Leben auf ein Leben runter waren. Und dann wieder auf drei Leben hoch und jetzt wieder runter und tot. Aber, ne? Fortschritt ist absehbar. Ich habe schon mal nicht mehr so häufig aus Versehen Bomben geschmissen. Und wir sind fast bis zum Eislevel gekommen. Also ich denke, ich werde morgen nochmal eine Runde wagen. Also bis denne.